Straßenbau 2017 Herzlich Willkommen bei der Begabtenförderung Straßenbau 2017 für Schwaben. Wir haben die neun besten Straßenbauer-Lehrlinge ausgewählt aus Ganschwaben, die diese Woche bei uns sind. Wir produzieren und pflastern ein Fahrzeug, ein Sportwagen und dazu die zu gehörigen Anfahrtsstraßen. Also, auf geht's dann! Also durch die Begabtenförderung lernt man auch viele neue Sachen, neue Techniken und erweitert halt seinen Horizont und das ist halt später für den Meister. Ich möchte den Meister auf jeden Fall noch machen und dann den Betrieb daheim übernehmen und dadurch ist das eigentlich ziemlich interessant, was man hier alles lernen kann. Also, wir arbeiten hier in einem super Team, ein Projekt, das nicht gewöhnlich ist und ich glaube, so ein Projekt kann man nur mit so einem Team schaffen. Ja, also ich muss schon sagen, ich bin echt ziemlich zufrieden mit unserer Leistung, weil man erkennt wirklich das Auto. Auch Respekt an die Jungs, ohne die hätte man das nicht geschafft. Also alle an das Team. Meisterleistung! Die Woche der Begabtenförderung hier bei uns in der Bauinnung war einfach wichtig und geprägt davon, dass es eine Teamleistung war. Da bedanke ich mich nochmal ganz herzlich mit einem herzlichen Applaus. Dankeschön, dass Sie diese besondere Initiative hier in der Bauinnung auf sich genommen haben, dass Sie sich qualifiziert haben. Wir bauen darauf, dass Sie unsere Straßen bauen! 12. 10. 21. 22.